Liebe Freunde, verehrtes Publikum, Sie wissen, wie gefährlich so eine T-Nummer ist. So, Sie sitzen so nahe, überlegen Sie sich das gut, ob Sie hier bleiben wollen. Denn eine Raubkatze bleibt eine Raubkatze. Auch wenn ich ein sehr gutes, inniges Verhältnis zu Leo habe. Auch zu ihm. Aber ich meine jetzt den Löwen. Er bleibt eine Raubkatze. Diese Nummer verlangt vom Dokteur, vom Tier und vom Publikum ein hoher Maß an Konzentration. Daher möchte ich Sie bitten, sich komplett und vollkommen ruhig zu verhalten. Konzentration! Entschuldigung, ich habe einen Anruf. Ich muss mal kurz rangehen. Leo. Leo. Hallo, Juliana hier. Juliana ist im Meeting. Nein, ich meine auf der Bühne. Ja, Kai, was ist? Wie? Ich darf keine Tiere an Bord. Wie ist Leo in Rotterdam geblieben? Und was mache ich jetzt? Kannst du nachfragen? Wie wäre es mit ein bisschen Feuer machen? Wie? Ich kann kein Feuer machen. Du? Wie wäre es mit Schlucken? Ich meine Feuer schlucken. Nein, kein Feuer. Kein Leo. Also ich meine den Löwen natürlich. Leo sitzt hier am Klavier. Ja. Bist du dir sicher, Kai? Hast du die Safety gefragt? Der Safety Offizier? Ja, er sagt auch nein. Und der Kapitän? Nein, er sagt auch nein. Gut. Dann denke ich mir was aus. Ja. Ist gut. Ist gut. Ist gut. Ist gut. Was mache ich jetzt? Meine Damen und Herren, liebe Freunde, verehrtes Publikum, wir haben ein kleines technisches Problemchen, aber selbstverständlich war ich vorbereitet. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie. Mit einem tausenden Applaus, Luisa, die Zirkusflöhe. Meine Damen und Herren, Luisa, der Zirkusflöhe, wagt sich an eine waghalsige Nummer. Dreifache, dreifache Salto-Mortale. Von der linken Hand auf die rechte Hand. Konzentration. Kannst du mal so trommeln werden oder irgendetwas? So ewig. Ja, ja, sehr gut. Zieht doch nichts rum. Es ist Showtime. Und? Allee! Hopp! Luisa, wo gehst du denn hin? Ich sehe, Sie haben Luisa. Was sitzen Sie doch drum? Jetzt ist sie in Ihrem Hemd gekrabbelt. Ziehen Sie doch sich aus. Sitzen Sie nicht so rum, um ausziehen. Sofort. Das will auch keiner sehen. Mein Gott. Wissen Sie was? Bitte, behalten Sie sie. Sie hat sich jetzt festgemissen. Ist gut. Fünf Jahre meines Lebens. Fünf Jahre. Ja. Meine Damen und Herren, liebes Publikum, Sie haben ein kleines technisches Problemchen. Ich habe Luisa verloren. Aber selbstverständlich war ich darauf vorbereitet. Dazu brauche ich ein bisschen Platz, weil ich bin nicht nur Direktor-Domteur, sondern auch selbstverständlich ein Akrobat. Alles für die Kunden natürlich. Ich meine für das Publikum. Jetzt sehen Sie was, was Sie noch nie gesehen haben. Ah! Ah! Meine Damen und Herren, liebe Freunde, verehrtes Publikum, ich habe jetzt ein kleines technisches Problemchen. Ich kann nicht aufstehen. Herr, die Herrschaften? Vielen Dank, Sie nicht kommen. Sie helfen, Sie mir auf. Mein Gott, sofort. Mein Gott, wenn ich hier aufstehe.